so leute herzlich willkommen zurück wir sind als warlord unterwegs wahrscheinlich irgendwo im norden sein erste priorität ist gucken wir mal wo die sind am bauernhof noch vorbei kann man recht gut skillen oder punkte sammeln so fliegen wir denken mal ein bisschen weiter leute wir brauchen mit hier so wo seid ihr meine freunde ähm ähm So, kann ich mal auch gut Punkte sammeln. Ich würde sie gerne natürlich jetzt recht schnell finden. Ich glaube, dass die im Norden sind. Kein Ton von sich gegeben hier, unsere Kollegen. Da sitzt er. Ah, noch mal Dieter. Los geht's, meine Freunde. Henry ist alleine, nenne ich. Er ist nicht alleine, okay. So, kommen wir jetzt stehen. Was? Wo ging der denn jetzt hin? Oh, wahrscheinlich wird hier das erste Stück sein, irgendwo. Ändergegen, Mist. Wer ist das erste Stück? Boah, ich brauche ein bisschen Energie. Dann gucken wir mal. Wir sind da alleine. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? ich habe die Lampe, Lampe, ne, Leute? Na, komm, 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 komm. Ah, shit. Ich habe hier keine Energie-Nähte. So. 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 so 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 es ist auch keiner von denen irgendwie wenn ich hier hin glaub ich Shit. Magierig. Oh, you're like me. Oh, you're like me. Oh, you're like me. Oh, hier ist das Stück, okay. Wir müssen ein bisschen verminen hier, ne? Oh, hier ist das Stück. 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 Hier ist das Stück. Oh, hier ist das Stück. Oh, hier ist das Stück. wo ist henry in leute wo ist henry da ist henry da fehlt auch von den leuten war ja noch fehlt ja Der war. Ja, weg der. Sevec. Ja, Henry ist schon mal tot, das erste Mal. Das zweites Mal kriegen wir den auch noch. Time to leave the fruit cellar. Oh shit. Komm mit Diana los. Corona gewastet. Ja, egal. Boss gewastet. Nicht schlimm. Jemand ist tot, das ist schon mal gut. Kommt jemand zum Überleben retten? Okay, die Guret ist kein. So, Boss ist gelevelt, Leute. Henry hat sie wieder geholt. Nice. Oh, Henry, ich glaub das war's für dich. Okay, ist Henry wieder down? Oder ne, das erste Mal? Weiß ich gar nicht. Henry ist auf jeden Fall down. So, dann gucken wir mal, ob wir vorbei wollen, meine Kollegen hier. Oh, der Arme raus, der kann man nicht tun, ne? Dieser Ash. So, dann gucken wir mal, ne? Stopp'n uns! Gutes Ziel ist immer noch Henry. So, mal ein bisschen Scary-Schritte machen jetzt, zack! Oh! Oh, ja! Oh, ja! Oh! 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 So, was... ...mehr... So kommen Ich krieg die auch noch weg. Nice. So. Ich brauche ein bisschen Energie, Leute. Es sind halt im Moment viele neue Leute da, ne? Weil das Spiel kostenlos war. Oder ist. So, das läuft dann halt zum Alltag, glaube ich. So, ein Schuss wieder raus. Nice. Die Fallen machen, die Kisten mal voll machen. Die gehen natürlich gut. XP. I'm not your hero. Ach, Minuten haben wir eigentlich keine Chance mehr. Das ist ein Mia. Ach, die lebt da als einziger nur noch. Okay. Ja, guck mal, ob wir die eigentlich irgendwie wieder rausnehmen können. Oh, Henry. Oh. Oh. Oh, Mia, nehmen wir jetzt auch raus. Ja, das war's, Leute. Für mich erstmal gewöhnungsbedürftig. Der Warlord spielt nicht so oft. Aber. Ja. Mal sehen, was von Bayrou kommt. Ich hoffe, das hat euch gefallen, Leute.